Heute, ich hoffe, ihr seid bereit. Kurzes Recap, was ich außerhalb des Streams gemacht habe. Ich bin ein bisschen rumgelaufen und habe, wie ihr seht, eine wunderschöne Maske gefunden, die meine Angriffskraft nach oben schraubt. Was wir für diesen Bossgegner definitiv brauchen. Deshalb habe ich diese Maske hier angelegt. Außerdem hat Link eine Dönerbude einmal komplett leer geräumt. Es gibt nämlich ganz viele Grillteller, oder war er beim Griechen? Ich bin mir nicht sicher. Link ist jetzt Besitzer eines griechischen Restaurants und hat ganz, ganz viel Grillteller gekauft und vorbereitet. Mit so vielen Grilltellern sind wir auch gewappnet, falls die Herzen droppen. Was ich noch gemacht habe, Leute. Ich habe Waffen. Nur Einhänderwaffen und die helle Bade-Sachen. Weil ich damit auch Probleme hatte mit diesen Doppel-, diesen Zweihand-Waffen. Habe ich durch Amiibos bekommen. Viel durch Amiibos, dann noch viel fusioniert. Hier auch so ein super krasses, keine Ahnung was, 50. Ich habe keine Ahnung, wie ich das zusammenbekommen habe. Und dann habe ich einen Schatten-Zweihänder bekommen, weil das war jetzt die Frage von Skulplaka. Einen Schatten-Zweihänder. Das ist nur in meinem Inventar, weil es cool aussah und ich es nicht kannte. Es kam durch einen Amiibo-Drop, Leute. Es kam durch einen Amiibo-Drop. Dann starten wir mit diesem Boss-Fight. Prepared mit Waffen, Essen. Hohe Motivation, weil der hat uns das letzte Mal ganz schön fertig gemacht. Seid ihr bereit? Movie Sequence incoming. Link! Ich habe sehnsüchtig auf dich gewartet. Na, bereit? Ich möchte dir nämlich eine Kleinigkeit zeigen. Gefällt es dir? Schloss Hyrule. In seiner alten Pracht. Ich hoffe, du erinnerst dich noch. Ihre Stimme ist so sass. Wir beide haben hier so viel erlebt. Präge dir alles ganz genau ein. Dein armes, kleines Ding. Wir machen den heut. Wir schaffen den heut, Leute. Wie ist es möglich, dass du überlebt hast, was ich hätte töten müssen? Sag, hast du es jenem unseligen Arm zu verdanken? Hm. Egal. Ein zweites Mal wird er dich ganz sicher nicht reiten können. Das ist so gruselig. Mit ihr konnte ich dich lenken wie einen Narren. Dich in meinem Blick behalten. Eigentlich dumm, dass er das jetzt auflöst, ne? Ah, das ist mein neuer Horrorgegner. Phantom Ganon ist mein neuer Horrorgegner in diesem Spiel. Ich schalte bei den Kampf frei, Fragmade bei. Ich muss Zelda im Schloss Fünffald oder so finden und besiegen. Und dann geht storytechnisch das so weiter. Okay, wir nehmen die Gamma-Krieger-Lanze. Wir visieren mal einen an. Springen wir hier. Wichtig, wichtig, wichtig. Huch, irgendwo ist hier ein Geländer. Das finde ich gerade nicht so geil. Das war klar, dass er... Ah, legst du dir auf. Okay, sicherheitshalber essen wir was. So einen geilen Spieß, ne? Ja. Okay, das war mies. Er hatte den anderen noch anvisiert. Aber, äh... Lanze for the win, ne? Ich geh mit meiner Lanze. Meine Lanze geht mit mir. Ich hab keine Ahnung. Elebate. Oh, okay. Das, ich hab's gesehen in dem Moment, dass er kommt. Er ist zu stark, ne? Wir essen noch mal Fisch. Wir essen noch mal Fisch. Wir heilen uns hier schön hoch. Wir lassen ihn, wir lassen ihn einfach keine Chance, dass er uns... Dass man Dodgen ist, funktioniert noch nicht so ganz. Aber ich bin optimistisch. Okay, Lanze kaputt. Er ist in Lanze kaputt. Wir wechseln auf eine Klinge. Okay, wir haben ihn. Äh. Uh! Da bin ich schick... Da bin ich schick weggesprungen. Okay. Äh, ich glaub, das ist der Nächste. Yeah, sir! Okay, richtig gedodged. Okay. Tot, tot, tot. Okay, wir sind in Phase 2. Wir haben Phase 2 geschafft. Ich fass das nicht. Du hast hier kaum Herzen. Ja. Ich hab nicht so viele Dungeons gemacht. Ich bin ehrlich. Okay. Ich wechsel jetzt noch mal die Waffe, glaub ich. Ich wechsel noch mal die Waffe. Und hallo Burner natürlich. Hallo Shin. Und hallo an alle, die reinschauen. Ähm. Ah. Wir haben hier eine Klinge. Ich bin noch mal am Überlegen, auf den Land zu wechseln. Ähm. Die ist auch noch mal stärker. Ähm. Jetzt bin ich halt wieder... Oh, stark, 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 stark. Das war gut, das war super. Stark, der ist gestorben. Oh. Oh, ich hab den geschafft. Ich hab den geschafft. Okay. Welcher ist mein Nächster? Der da? Oh. Oh. Ich weiß grad nicht, auf welchen Gegner ich gehe. Welcher ist mein Eigentlicher? Oh, das sieht gut aus. Okay. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das ist der Nächste. Okay. Wieder weg. Weg, weg, weg. Weg. Der hat kaum Leben. Deshalb machen wir den. Die fokussieren mich heute gar nicht. Was ist da los? Was ist da los? Aber Hauptsache das letzte Mal. Es ist super krass gewesen. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es da? Oh, ich glaub, ich hab gedodged, ne? Ich glaub, ich hab gedodged. Oh, das war klar. Ich hätte zur Seite springen müssen. Ich hab's gesehen. Ich hab's diesmal gesehen. Ich hätte zur Seite springen müssen. Ein Grillteller mit ordentlicher Tzatziki. Yes! Oh! That's... That was your fault. Verrecke. Das hab ich gesehen. Oh Gott, wir haben ihn geschafft. Oh nein, die kommt jetzt Phase 3. Da freu ich mich grad zu früh. Oh, wie cool. Was sind die anderen da? Link! Alles klar? Kommt jetzt Ganon schon? Nee, oder? Bin ich jetzt schon beim Endboss? War das Zwischenboss und jetzt kommt End-Endboss? Ich dachte, jetzt kommt noch mal irgendwas Story-Technisches. Die wackeren Träger der Mysteriensteine. Was für ein Scheusal bist du denn? Ihr erkennt mich nicht. Schon scheiße. Wie schade. Gewähren die Steine euch keinen Einblick in die Nebel der Vergangenheit. Mein Name lautet Ganondorf. Die innerrischen Taten eurer Ahnen vermochten, das Unvermeidliche nur aufzuschicken. Aber wird er wieder jung? Kämpfen wir noch gegen den Jungen? Ich werde euch zeigen, was war und was bald schon wiederkommen wird. Meine Schöpfung, die Welt ist best. Oha! Oh oh. Oh oh. Wo bin ich? Oh oh. Oh, die Leunen. Wir haben immer noch keinen Leunen gesehen. Gewehr und befreit dieses Land von der Herrschaft Eirons. Ernichtet die, die es wagen, sich euch in den Weg zu hören. Oh Gott, das Bär, wie episch. Kriegt man das? Hältet alle auf jetzt! Hat mich erwischt. Bald werde ich meine Kraft zurückerlauben. Und Trouble, danke für die Followung. Die Welt wird in ewige Dunkelheit getauscht. Jetzt ist kurz der Ton weg, oder? Was auch immer gerade passiert ist. Mein Ton ist weg. Jetzt so. Ich habe ein ganz mieses Gefühl, dass sie Wackelkontakt im Kabel hat. Ich lese gleich höhere Nachrichten. Denk mal nach. Warum sonst wäre er verschwunden, anstatt zu kämpfen? Weil er erst meine Feuchtigkeitscreme sucht. Gehren wir für das Erste zurück. Wir müssen uns beratschlagen. Link, ich hoffe, du bist auch dabei. Oh, ein Herzcontainer! Juhu! Juhu!